GZ Aber erst müssen mehr viele Viecher weg Und er hängt immer noch da unten Ich muss gleich noch mal gucken, was ich los nehme Aha Vor allem gibt es nur ein EP von denen Ja, deswegen ja Kommt ja, komm, komm Aha 1 2 Aha Oh Ich geh erst mal gucken, was ich da verteile Autsch Was toll war das? Der Jakob da oben Der Jakob Magazinen hab ich ja weg gehabt Schusswaffe Schaden plus 3% Projekt Projektilgeschwindigkeit 4% Ja, Stress nicht Weiß auch nicht, was du gemacht hast Was wohl? Er wartet immer noch Es ist halt blöd, wenn man krank ist Du bist, ne? Oh ja Ich geh ab Ah Ich geh ab Fingern den Po Da sie Weißbier Hallo Söldner Ich habe Geld Weißbier Okay Anpassung Reisen Ich geh mal eben anpassen, wo was interessantes gibt Wieso gehst du anpassen? Du bist doch zu blöd, du siehst scheiße aus, also Hallo? Du siehst so oder so scheiße aus Jetzt kannst du das zurücksetzen Ach nix Noch nix Ich hab nix neues, ne? Ähm Ist das eigentlich himmlisch? Hey Ein Hauchdread Liebe und Tod Ah ja Etwas empörend Aha Willi M. für Maya Ne Himmlisch ist geiles Aber Dafür müsste ich zahlen Ähm Was nehme ich denn? Nee Ich Pfff So Wir haben noch was hier Neues Schönes Ja Labe nicht Munition Zack man hat so ein hippie okay doch doch selbst mit der knarre die sieht vorne schon so komisch aus also so hässlich wie du die europäische Bruder dennoch was zu verkaufen ach anfangs und das lege ich jetzt erst äh nö freigeschaltet aber ich glaub man mein Behalt den Kopf der Kopf den, ja den hab ich mir gekauft ach so den 99 Cent 99 Cent ah ne finde ich nicht so toll da sieht man noch besser aus hier muss mal herkommen warte I'm coming oh nicht runterfallen okay so seh ich jetzt aus ja das ist das was ich grad bekommen hab ach so finde ich aber nicht so doll wenn ich heiß hab schneller besser la 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 und die klappte er belter ernsthaft müssen ihn jetzt durchschleißen es war die hier zack und was gewicht oh hast du ja guten Schaden auch ne kleine Pistole erstmal mhm ich hab nur kleine Pistolen hey du hast ja ne schrotte auch in der Hand ne schrubflinte nö ernsthaft nö ernsthaft das waren Menschen mit Familien und Freunden und Lehrern aber nur mit stopp mit Kissen denn manche Sprüche sind geil aber manche auch ja ich vermord an mir den Schädel aber mir fällt einfach kein Name für das Diamant von ihr ein ich wollte es dir zu ihren Pissbörl nennen aber das ist irgendwie pubertär warte mal, ich bin sofort eine Minute wieder da ja mann, immer muten oder was auch immer so hallo schrecklich, ey, muss ich dir sagen ich bin ja fast tot es ballert schon wieder egal, erstmal Leben auffüllen du mich auch du mich auch ja was denn bam 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 hallo 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 die man slowmo so er ist einer ja ich gibt hier gar nicht auf na was hast du da wieder eingesammelt hat nicht gar nicht das ist meine ausrede wenn ich alles zu scheiß sagen ist es auch scheiße das ist ernst gemeint nein 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 du hast da oben noch eine kiste gelassen ach so okay manche sachen wird nicht so voll überhaupt keine ahnung warum standard genau wie die hier hinten wo du gerade wieder hochgerunnen rennt ist eben hä 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 willst du mich verarschen wo ist denn hier eine kiste da war eine die eine habe ich schon die weg gemacht hier unten war noch eine die habe ich weg gemacht da hinten war noch eine hier heute war ich noch nicht mal bis hier war ich noch nicht mal sie dann kommt jetzt zwillinge ja hatten lange aus gehört warte ach nee das ist das ja genau ready nein und seinem bruder okay die dicke werther die hat mich im visier noch nicht der kleine bruder der ist nervig wenn gleich was er hau ab mach gleich den bruder kaputt ne ja dann mach den bruder kaputt mach brauchst du nicht mehr war ich nicht nein war ich weiß ich aber gleich auch wieder ins haft kann man von spielen wir die gleichberechtigung gg gg gierig was unter den nagel reißen ich muss immer heute viel granaten mods hast du auch granaten mods wie granaten mods keine granaten mods du hast ja eben alles eingesammelt du arsch warte komm her granaten warte mal das kann ich noch auf fallen das moment dann hatten habe ich und zwar kriegst du den den ja das habe ich nicht das war alles eigentlich es hat mal mehr granaten platz auch ne oder ne ne nur verbesserte granaten welche willst du einen lass dich hier drinnen kannst du auch was verkaufen hallo willst du nicht die sind scheiße gewesen du willst aber auch sachen verkaufen wo ich dich kenne ja 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 was ist er also lass es arschloch ich wollte es machen schießen du wolltest naja danke vielen naja loote du mal ich komme ja komme immer mehr also mit den jungs hier falsch gelaufen irgendwas los mit euch hallo hallo wie mit dir immer alles falsch läuft es wird euch falsch hab ich denn ich hab irgendwas da noch aufgeräumt gehabt ja schau es ich glaube ich hatte nix mehr boah warum ist das alles so ein schlechter scheiß weiß ich auch nicht ne das ist zum kotzen selbst wenn die schilde ziemlich hoch gehen zum laden hast du wieder genommen ja die brauchtest du nicht hab ich gesehen dann fick dich schildern 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 naja jetzt aber nicht warte wir können gleich hier wenn die Vieche hät kalt sie in meinem kurzen pause machen ja da kann ich nur sagen wie viel platz ich ja das kannst du ja auch machen und die platt ja ja so platt jetzt gehört wir machen hier ne kurze aufnahmepause bis gleich bis gleich bis gleich bis gleich bis gleich